hallöchen meine lieben freunde und ich heiße euch wieder herzlichst willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge anstoß 3 ja wir haben heute beziehungsweise in dieser folge haben wir drei spiele wieder einmal pokal zweimal liga und wir spielen als erstes gegen steinbach heiger im pokal ansonsten haben wir noch das spiel gegen tsv opstadt und gegen vfp stuttgart der opstadt steht auf 17 und stuttgart auf 12 wir wollten ja auch mal in die anderen tabellen gucken da gucken wir erst meine ersten bundesliga haben wir fc bayern münchen steht auf platz 1 mit neun punkten vorsprung dahinter ist nämlich leipzig direkt dahinter ist wiederum wolfsburg paderborn hertha und borussia dortmund auf die abschicksplätze zurzeit bielefeld eintracht frankfurt und fc st paulie ja und unser alter klub ok unsere beiden clubs duisburg und glattbach stehen jeweils auf 12 und 13 ja ist ganz ok na aber naja duisburg sag mal so bestimmt haben sie das ziel internationaler plätze da sind sie leider ein bisschen entfernt von so zweite bundesliga führt ist erster zweiter düsseldorf dritter sv darmstadt dahinter ist union berlin aue hannover sc freiburg leverkusen auf platz 8 ok steinbach heiger unser gegner im pokal ist auf platz 9 10 ist ingolstadt 11 w wiesbaden 12 hoffenheim 13 viktoria köln 14 heidenheim auf die abschiebsplätze stehen würzburger kickers homburg sandhausen und schwarz-weiß reden ja dritte liga also regionalliga nord ich sage jetzt einfach regionalliga so wie es hier steht ist aber trotzdem die dritte liga kickers emden ist erster zweiter ist braunschweig dahinter ist dortmund zwei gut die können eh nicht aufsteigen in dem fall wäre der lockt leipzig dann fünfter meppen sechster chemnitz siebter werder bremen achter ist rostock neunter münster zehnter köln ach köln wollte ich schon sagen kiel holstein kiel elfter ist dynamo dresden zwölfter lübeck dreizehnteilischer fc vierzehnter rot-weiß-ahlen und auf die abschiebsplätze erste fc köln auf platz 15 16 ist osnabrück 17 essen 18 wuppertaler so ja und hier die süd kämmer dann haben wir hier noch premier league chelsea ist letzter dann die spanische liga haben war niederlander sparta rotterdam ist erster ajax auf 12 österreich linz ist erster salzburg ist auf vierten aber alles sehr eng da so ja wir haben jetzt wieder ein paar gesprächstermine müssen wir vereinbaren verletzungen aber so nicht mehr wischenbach fällt halt noch aus so karabara haben wir hier noch kangart jeweils ein gespräch dann haben wir hier den stein der kriegt augengespräch kriege dann du man ja ich würde sagen der ok kriegt auch mal ein gespräch land gutes spiel gemacht hatte beim letzten mal den graubner werde ich wahrscheinlich im tor packen ich bin aber überlegen ob man den graubner abgeben sollen da bin ich echt am überlegen leute in den schlehmann werde ich wahrscheinlich noch mal um zwei jahre verlängern oder so macht eigentlich einen guten job du mann da werde ich wahrscheinlich neun holen aber hier glaubt man wir brauchen unbedingt geld ne eigentlich wie viel kriegt dann gehalt 530.000 auflaufprämie 4400 ok das geht noch lange hat der vertrag hat doch vier jahre noch muss man mal gucken na naja wir schauen wir spielen jetzt erstmal im dfb pokal gegen steinbach haiga maiolo hat eine leichte gehirnerschütterung ach ja den habe ich die ganze zeit gar nicht so richtig berücksichtigt merke ich gerade noch ok hat im letzten spiel sein erstes tor in einem ligaspiel ziel muss deshalb eine runde schmeißen alle freuen sich zusammen mit den jungen mann das ist gut für die stimmung so maiolo leichte gehirnerschütterung aber fit ist seine den packen wir mal auf die bank kann auch sein dass wir den reintun beim nächsten spiel ich hatte schlehmann für den ding das noten schnipp 3,0 ich würde sagen wir machen mal das wieder so ja graubner kommt auch mal rein wieder stein ist mein torwart im pokal ja und da würde ich sagen schwimmen auf normal 150 prozent einsatz und ab geht's wir sagen mal nix 5386 zuschauer 95 sind aus steinbach haiga mitgereist und veronika ferrers tippt 1 2 zu 1 auf uns hauen wir mal ich bin gespannt albert versucht singer auszuspielen aber der geht entschlossen zur sache und gewinnt den zweikampf schade jetzt kommt die wimmer kommt an der straffraum ganze völlig frei zum schuss und da ist das 1 0 für uns patrick wimmer der torschütze und da ist direkt der ausgleich david sauerland 1 1 chancen stein wird kritisiert und wir muntern jungs oder wir tun mal ein bisschen herum nölen gucken wir mal ob das brüchte trägt und da ist das 1 2 kai klefisch für steinbach haiga maiolo kommt für schlehmann rhein ob man versucht den ball zwölf meter von dem tor volley zu nehmen was für ein hammer und da ist das 2 2 jawohl nick raubmann der torschütze henke mit der vorlage kangart spielt nicht so gut du mann kommt rein schlechte leistung so wesko kommt auch alles raus ok kommt rein belängerung lukic versucht albert auszuspielen geht an ihm vorbei lukic spiel sofort an die straffung ecke zurück singer versucht wie immer auszuspielen aber der geht entschlossen zur sache und gewinnt zwei kam sehr gut wie immer so lukic läuft mit der ball bis auf höhe der 16 meter linie zurück und passt dann quer udra kommt eine straffung grenze völlig frei zum schuss keine chance stein und da ist das 2 zu 3 für steinbach haiga henke klärt per cup wir verlieren leider 2 zu 3 war eine enge partie auf jeden fall 4 zu 5 chancen war ausgeglichen besser spieler war patrick wie immer spielwertung drei ganz nett ja david sauerland hat noch eine opel schenkelbruch erlitten erstmal gute besserung an ihm wir sind leider raus was soll's ja war halten zweitligist aber wir waren halt nicht chancenlos von der stärke werden wir besser aber nicht sollen sein hertha verliert 5 zu 6 nach elfmeterschießen gegen duisburg dann aber erste gegen zweite liga leipzig gewinnt 0 zu 3 führt darmstadt gewinnt 3 0 gegen magdeburg schon heftig bielefeld verliert 2 zu 3 gegen heidenheim woisburg gewinnt 2 0 gegen ingolstadt dortmund verliert 1 zu 2 gegen viktoria köln bitter für die dortmunder meppen verliert 1 zu 2 gegen frankfurt schweinfurt verliert 0 zu 1 nach verlängerung gegen st pauli und unterachring verliert 0 zu 2 gegen paderborn dann haben wir erste gegen amateure da haben die erstligisten alle gewonnen bochum 0 zu 4 gegen rot-weiß frankfurt bayern münchen 0 zu 4 gegen eggestorf dann haben wir zweite gegen zweite liga hoffenheim gewinnt 3 0 gegen aue hannover gewinnt 4 0 gegen schwarz-weiß reden und düsseldorf gewinnt 2 nur gegen homburg ja zweite gegen dritte liga wir haben leider zwei zu drei nach verlängerung verloren und dritte liga gegen amateure hessen kasse gewinnt 50 ging tortona ottensen ja wir gucken uns auf jeden fall jetzt die auslosung mal an mal gucken was für partien so da genau rauskommen damals schon mal die erste partie bayern münchen muss gegen steinbach heiger gegen die wir verloren haben dann haben wir hessenkassel gegen vfl bochum wolfsburg muss gegen eintracht frankfurt im erstligaduell msv duisburg spielt auch zu hause die spielen auch gegen den erstligisten st pauli dann haben wir darmstadt die müssen zu hause gegen victoria köln ran paderborn spielt gegen hannover 96 der erste fc heidenheim spielt gegen fortuna düsseldorf also ein zweitligaduell rb leipzig ich bin auch zu hause gegen den zweitligist 18 99 hoffenheim und das sind so die partien also live gezeigt wird wahrscheinlich entweder wolfsburg gegen frankfurt oder duisburg in st paulie aber ich tendiere zum ersten wolfsburg gegen frankfurt obwohl man weiß ja nie ne wolfsburg ist eigentlich international vertreten könnte auch duisburg ach ja duisburg weiß nicht ob wolfsburg international duisburg auf jeden fall so wir spielen jetzt gegen augstadt ich lasse den graubner jetzt mal vorne drin der hat ja ein tor geschossen du mann kommt man von anfang an mit rein lassen wir alles sonst so würde ich sagen ja außer artobolo da kommt noch rein so wir spielen auch kontrolliert offensiv normal und dann schauen wir mal na maiolo kommt man von anfang an rein für den schlehmann führungsperson und leberwurst integrationsfigur er noch kein spiel gemacht so klar wenn er verletzt ist ein rotes tuch ja dann würde ich sagen let's go verspricht mir bitte unterschätzt diesen gegner nicht diesen nicht die mannschaft wirkt nicht sehr überzeugt 6825 zuschauer 251 sind aus aufstand mitgereist und moritz bleibt treu tippt an 12 für den gegner die haben auch in der neunten minute den einwurf durch rumpel wirf kurz zu müller der flankte ball auf den kurzen posten aber dort steht hänke und köpft ihn zur ecke eckball von der rechten seite endres schlägt den ball auf den langen posten aber torwart artobolo lenkt den ball mit einer hand souverän über das tor das heißt noch mal ein eckball wieder von der rechten seite endres legt sich den ball zurecht popelt noch kurz in der nase schlägt dem ball gefühlvoll nach innen genau auf den kopf und günstigen doch der vergibt kläglich gut für uns so grün liegen wieder das richtung rechte straffraum an begleitet von sarwitz stimmt die normisch auf sarwitz zu aber der gewinnte zweikampf und kann klären das gut so eckball für aufstart von der rechten seite also wer kommt irgendwie nicht vom zuge aber der ball landet direkt am außennetz die habe karte für albert wegen foul spielt 0 0 zur halbzeit 2 zu 2 chancen maiolo spielt gut wir machen einsatz auf 150 prozent und treiben die jungs mal an so hier passiert immer noch nichts kann da kommt für du mann rein eckball jetzt von der linken seite für uns vielleicht passiert jetzt mal was kann er zieht den ball scharf direkt vors tor vesco kommt gegen zum kopfball und da ist das 1 0 jawohl kann drinnen direkt ein eckball und drin ist das ding und ja direkt der ausgleich tim hüttel harabara kommt für wimmer eckball jetzt von der rechten seite hüttel schlägt ja mal hart nach innen am brose steigt hoch schiebt hüttel weg ja und der schiedsrichter pfeift sofort okay kommt für graubner gelb-rote veralbert nach umschrittenen handspiels wir lassen aber das jetzt mal so gelbe karte für henke nachdem seine hand angeschossen wurde und wir spielen 11 er kann nicht wahr sein das kann ehrlich nicht wahr sein sechster platz sind wir jetzt aber gegen aufstadt 1 1 spielen folgende partien hessenkasse verliert 0 zu 1 gegen unterachregen erfurt verliert 1 zu 3 gegen schweinfurt 18 60 spielt 2 zu 2 gegen bayreuth wir spielen 11 gegen aufstadt elversberg verliert 2 zu 3 gegen offenbach hofer allen verliert 1 zu 3 gegen stuttgart unser nächster gegner zwickau verliert 1 zu 2 gegen trier lauthange mit 1 zu gegen vfb eichstätt und koblenz spielt 2 zu 2 gegen ulm in der hälfte des tages ja immerhin der henke von uns transfers gibt es natürlich auch noch backer von nackt breder nach viktoria köln luke votas von frankfurt nach leeds united dann aber eitammer von wiesbarn nach kardetz schahintürk von fc barcelona nach leipzig bello von fcm nach schalke bibir von paderborn nach west bromwich albien und dann haben wir noch marcus von atletico madrid nach dynamo kiew dominik greif von bilbao nach paderborn ja wir werden wieder abgewertet wie soll es auch anders sein wir spielen gegen stuttgart als nächstes allerdings ist gelb rot gesperrt jetzt er hier sommer schnell er albert so erstmal ein paar gespräche wieder hier so wir gehen dann mal in der nächsten runde so rotes tuch immer noch machen wir natürlich ein bisschen auswärtszuschuss noch würde ich sagen sagen 1000 karten müsste erreichen unbelebt sind wir jetzt ja 77 prozent vorstandsvertrauen haben wir ja gut dann wie man hat sich knöchel verstaucht er hat kommt auch jetzt noch dazu oh man so chappels sieg letzter spieltag in der ersten gruppenphase seit man united und monaco sind weiter charleroi kommt in die europa league tel aviv ist raus augsburg gewinnt 1 zu 2 ist aber trotzdem leider raus eindhoven psv eindhoven dynamo zagreb sind weiter start renn geht in die euro league augsburg wie gesagt ist raus so gruppe 3 sandgallen und societat sind weiter atalanta bergamo geht in die euro league und crystal perles ist raus gruppe 4 esau ried und via real sind hier weiter schelzi gehen in die euro league und silke boggief ist raus so dann haben wir gruppe 5 regensburg verliert 3 1 gegen barcelona ist damit in die euro league gerutscht fc brügge und fc barcelona sind jeweils weiter krasnodar ist raus dann haben wir dortmund spielt 2 zu 2 gegen juve ist damit als gruppensieger er weiter zweiter wurde sparta rotterdam juventus geht in die euro league und alc athenes raus gruppe 7 gewinnt leipzig mit 0 zu 2 gegen rom ist damit erster zweiter salzburg platz rum geht in die euro league und yoga und cf ist raus dann gruppe 8 wo wir haben wanderers und spotting lissa bonze weiter olympic leon euro league und google magisches aus aber schaut euch das mal an alle drei sechs punkte schon heftig so wolfsburg ist weiter 0 zu 1 im rückspiel auch gewonnen duisburg ist raus bei den spiel haben sie auswärts gespielt und ja dementsprechend achten zu hause gespielt meine ich dementsprechend sind sie raus dort wird der entschiede gewinnt im rückspiel ist aber trotzdem raus und hamburg verliert auch im rückspiel ist damit auch raus so gruppenphase die nächste gruppen phase so gruppe 1 monaco sparta rotterdam salzburg und es war ried zwei österreichische mannschaften woher warum nicht ne gruppe 2 fc barcelona dortmund real sociedad und wo beim wanderers teils zweimal nach spanien für dortmund gruppe 3 manchester united psv endhofen sandgallen und via real und gruppe 4 haben wir die fc brüge dynamo zagreb leipzig und spotting lissabon euro league haben wir ja auch noch einige deutsche mannschaften regensburg zum beispiel da reingerutscht muss gegen rsc charleroi aus belgien wolfsburg muss gegen vittes arnheim und schalke muss gegen erste law die ja hamburg rausgeschmissen haben so der albert ist gelb gesperrt leider deswegen muss so ein muss der embuko ran und stellwagen kommt dann auf der bank genau ja ansonsten wie gesagt also kann grad kommt wieder rein vesco graubner würde sagen ok kommt begraubner rein ach der will mal kann wieder spielen das ist schon mal gut 150 prozent einsatz schauen wir mal was passiert ach punkte stärker mehr lassen wir mal 5048 zuschauer 1509 sind aus nürnberg mitgereist und thomas de tippt ein 0 zu 3 für uns oder aber so schön aber jetzt kommt stuttgart in der vier minute erst lässt da wird mit einer hacke ins leere lauf und flanken in den strafraum mit einem haken aber dort landet er hinter dem tor der beck hatte für sosa wegen folgspiels und da ist das 1 0 für stuttgart borna sosa führe ich mit der vorlage will aber will er lieber nimmt dabei mit flanken aus vollen lauf aber der landet auf der anderen seite des flügels machado nimmt dabei mit und flanken aus vollen lauf aber dabei ist unerreichbar und landet rechts im seiten aus adai schießt sofort genau auf den keeper der packt sich ja zu sofortiger weiter abschlag in die stumspitze wie immer versucht armada auszuspielen geht an ihm vorbei wie man nimmt der ball mit drängen im strafraum wird nicht angegriffen schießt in die wolken kann er zieht sich karrasor gegenüber wie von diesen ein bisschen festgehalten felix 25 die sofort ab und wir kriegen einen direkten freistoß so tor empfehlung 26 meter wie immer schießt direkt wie an die schnur gezogen müller springt aber er reichte nicht mehr und das ist 1 zu 1 jawohl so 1 zu 1 zur halbzeit zwei chancen autobolo wird kritisiert und wir treiben jungs an gewinnen können wir das und da ist das direkter 221 egloff der torschütze sosa kommt 25 meter von dem tor in den ball läuft nur drei schritte und zieht ab und der ball zappelt im netz was ist los jungs was ist los man fängt wieder an enbuku versuch villa libra auszuspielen geht an ihm vorbei enbuku weiß nicht so recht was er machen soll und läuft in die mitte schlägt er mal auf den rechten flügel kein abseits bimmer marschiert in den strafraum sosa geht mit spiel zur tor aus linie aber keiner seiner mitspieler kommt heran so sosa wieder stoppt der ball etwa 19 meter von dem tor leitet ihn sofort in den strafraum weiter kein abseits aber in den linienrichter hebt die fahne 64. minute graub mal kommt für okay rein du mann kommt für kangard rein oder sommer stoppt den ball etwa 17 meter von dem tor spielt den passenden strafraum kein abseits will er liebrenne wird nicht angegriffen legte mal sehen ruhig auf den stärkeren fuß zieht sofort flach ab um haresweite vorbei so den wechseln wir aus barabara kommt für links geht dann auf die rechte seite du mann schießt sofort trifft maropanos der ball landet in den strafraum glauben dass ein schritt schnell als adalien kommt mit der fußspitze an den ball tor und müller steht genau richtung wird angeschossen und torren kann nicht klären und da ist es 4 zu 1 ja 4 1 gegen stuttgart verloren 7 zu 4 chancen besserspieler war sosa spielwettung 3 ganz nett ja wir landen damit auf platz 9 ist halt noch alles sehr eng das sieht man ja auch aber trotzdem so starken kader aber kriegen nix gebacken so richtig eichstätt verliert erstmal 0 zu 2 gegen koblenz bayreuth verliert 1 zu 3 gegen zwickau unterricht spielt 1 1 gegen kaiserslautern triage spielt 2 zu 2 gegen vf aalen tsw augstadt verliert nur zu 2 gegen erfurt ulm verliert nur zu 2 gegen elversberg schweinfurt spielt 1 1 gegen hessenkassel kickers auf dem bach gewinnen 2 1 gegen 1860 ja und wir wir verlieren 4 1 gegen stuttgart also martanovic wechselt von st pauli nach bochum tim meyer von hannover nach everton lucio von erzgebirge aue nach go ahead eagles lembruggen von sparta rotterdam nach wm wiesbaden racheco von paderborn nach fc fulham und alle goss vom feiernort rotterdam nach chelsea kais für die nationalmannschaft nominiert omen wird umworben omerin meine ich joker integrationsfigur wäschchenbach wird wieder umworben ja wir spielen dann in der nächsten folge gegen eintracht 3 auf jeden fall ja machen wir mal herauslaufen also da ist wieder der wurm dränder bei denen muss ich sagen so erstmal ein paar gespräche hier wieder so haben wir schon stimmt ja in der nächsten folge haben dann die spiele gegen eintracht trier bayreuth und kickers offenbach so wo stehen die denn kickers offenbach steht auf 4 trier auf 12 und bayreuth auf 14 ja wir müssen auf jeden Fall sieger einfallen also ich weiß auch nicht hinten fliegen die tore vorne fallen kaum tore ne dann machen wir das so jetzt wieder naja wir gucken mal wie es in den nächsten folgen weiter geht was sagt vorstandsvertrauen ja 72 prozent geht wieder langsam runter mal höher mal tiefer so sieht unsere lage zurzeit aus aber wir gucken mal man kann auch man kann auch das beste hoffen ich sag mal so wenn wir jetzt drei siege in folge starten in der nächsten folge dann ist es schon wieder gut aber wie gesagt da muss mehr kommen in diesem sinne ach in diesem sinne vielen dank fürs einschalten wir sehen uns auch wieder in der nächsten folge wieder ich sag so lange tschüss und bis dann bis dann bis zum nächsten bis zum nächsten Vielen Dank.